Wir fangen heute erstmal zu den negativen Themen an. YouTube hat sich immer noch nicht irgendwie ansatzweise entschuldigt oder zumindest eingestanden, dass es Quatsch ist, ein Video deswegen zu sperren, weil jemand gegen eine andere Meinung ist. Zum Beispiel, dass ich sage, der Viagra-Prank, den finde ich gar nicht gut. Dafür wurde ich ja gesperrt, weil Viagra-Pranks sind ja gefährlich. Das heißt, man darf auch nicht mehr darüber berichten, dass jemand anders einen Viagra-Prank gemacht hat. Also kompletter Quatsch, wirklich kompletter Quatsch. Aber ist okay, muss man mit leben. Ist ja YouTube, die entscheiden, dass hier was abgeht. Aber es ist noch schlimmer passiert, als wir dachten. Und zwar hat YouTube sich nicht irgendwie entschuldigt oder hat irgendwie den Strike zurückgenommen oder irgendwas. Nein, YouTube hat jetzt auch noch alle anderen gestrikt, die auf Mimi reagiert haben. Also Mimi hat auch heute einen Strike bekommen. Allerdings war es bei Mimi nur eine Verwarnung, weil er durch die Gerichtsverhandlung hat er scheinbar seine Verwarnung zurückgesetzt bekommen. Das heißt, er ist nicht gesperrt jetzt eine Woche. Er hat jetzt wieder nur eine Verwarnung, weil durch diesen Gerichtsprozess mit YouTube hat er irgendwie alle Verwarnungen entfernt bekommen. I don't know, also ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall hat er jetzt, das Hauptvideo ist jetzt gestrikt worden. Ich wurde ja für die Reaktion auf das Hauptvideo gestrikt. Jetzt ist das Hauptvideo auch gestrikt worden. Zusätzlich wurde auch noch Tim Jacken ebenfalls gestrikt bzw. verwarnt. Also Tim Jacken hat auch drauf reagiert. Und ich glaube auch ein paar andere Reactions. Also anstatt, dass YouTube einfach sagt, hey, pass auf, das war echt nicht cool von uns. Wir haben da vielleicht übertrieben. Nee, YouTube hat es lieber anders entschieden. YouTube hat gesagt, nee, wir machen jetzt alle platt. Wir machen jetzt einfach alle platt. Alle. Da weiß ich nicht ganz genau, was ich dazu sagen soll. Also ich bin enttäuscht. Und jetzt soll ich euch was allerbeste sagen. Soll ich euch was allerbeste sagen. Leons Video wurde nie gestrikt. Sein Originalvideo, wo er jemanden Viagra, ist ja fake, aber er hat jemanden Viagra ins Getränk oder ins Essen getan. Und es wurde nie gestrikt. Fünf Jahre lang nicht. Aber jetzt die Leute, die sagen, das geht gar nicht, die werden gestrikt. Es macht keinen Sinn. Ich habe allen gesagt, seid vorsichtig, Jungs. Ich wurde gestrikt. Könnte sein, dass ihr auch dafür gestrikt werdet. Jetzt hat YouTube tatsächlich das gemacht. Lost. Ja, mal gucken, wie es da in der Zukunft weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zusätzlich hat YouTube noch was anderes heute entschieden. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir in der Zukunft erst sehen. Aber es ist auch auf jeden Fall, ich sage mal, interessant. Denn YouTube hat ab heute, ab dem heutigen Tage entschieden, wird keine Dislike Buttons mehr geben auf YouTube. To reduce targeted dislike attacks and their impact on creators, especially on smaller creators, you will no longer see public dislikes count. Also du siehst öffentlich keine Dislikes mehr. Der Creator kann den Dislike Amount noch sehen. Und man kann auch weiter disliken, aber man sieht die Dislikes nicht mehr. Und das soll heute kommen, starting today. Das heißt, heute irgendwann soll es passieren. Das heißt, wahrscheinlich morgen in Deutschland wird es keine Dislikes mehr auf YouTube geben. Wir gucken uns das Video mal dazu an, was YouTube da gemacht hat. Noch gibt es Dislikes, deswegen hat das Video hier von YouTube auch, ich sage mal, geteilte Meinung. Kann man gut sagen. Es ist eine geteilte Meinung. Manche sind dafür, manche sind dagegen. Wir schauen mal rein, was YouTube da zu erzählen hat. Vorab möchte ich einmal sagen. Ich kann verstehen, warum YouTube den Dislike Button abschalten will. Auf Facebook und Instagram und sowas gibt es ja auch keinen Dislike Button. Allerdings ist es von YouTube schon irgendwo ein Teil der Plattform gewesen, dass man auch sehen konnte, ich suche mir jetzt ein Tutorial für, keine Ahnung, Photoshop. Dann klicke ich auf ein Video drauf und das Video hat 1000 Dislikes und 10 Likes. Dann weiß ich, okay, es ist ein Scam Video oder es ist ein Fake Video oder ein schlechtes Video. Dann weiß man halt sofort, was ist da los. Aber das wird es bald nicht mehr geben. Also es wird noch den Like Button und Dislike Button beide geben, aber man sieht nur noch die Likes. Also es wird keine Dislike mehr sehen. Man sieht hier keine Zahlen mehr hinter, so wie auch bei Kommentaren. Genauso wird es aussehen. Man sieht nur noch 240 Likes, aber null Dislikes. Also wenn ich jetzt hier dislike, sieht keiner, weil es ist unsichtbar. Wenn ich jetzt ein Like gebe, wird es einer mehr. Und das wird ab morgen in Deutschland wahrscheinlich auch so sein, wenn es wirklich durchgesetzt, also wenn es jetzt wirklich so schnell durchgesetzt wird. Interessant. Ich sage mal so, es hat Vor- und Nachteile. Vorteile hat es auf jeden Fall für kleinere Creator, die aus Missgunst gehatet werden. Aber Nachteile gibt es auch einige. Aber wir schauen mal das Video an und dann wissen wir auch Bescheid. Bescheid. Let's go. You may have seen a while back that YouTube announced it was experimenting with making dislike counts private to only the creator of the video. Now, if you're like me, you were surprised by that. I mean, seeing the number of dislikes on a video helps us know as viewers, if it's a good video or not. If it's a helpful tutorial or not, or if what a creator is saying in their video is generally agreed with or not. But unfortunately, research teams at YouTube have found there's this whole other use for disliking a video that I had never experienced as a creator and you may not have either. Apparently, groups of viewers are targeting a video's dislike button to drive up the count, turning it into something like a game with a visible scoreboard. And it's usually just because they don't like the creator or what they stand for. Also jetzt erklärt er, dass es halt Leute auf YouTube gibt, die sehen Dislikes eher so als ich möchte den Typen runter machen. Ich mag den nicht, ich mach den runter. Kann es natürlich auch geben, klar. Aber es ist ja nicht der Hauptsinn eines Dislike Buttons. Also es ist auf jeden Fall für Leute, die sehr viele Dislikes haben normalerweise, wenn es so kritische Videos gibt. Für die Leute ist das was sehr Gutes, denn niemand sieht mir auf den ersten Blick, okay, die haben wirklich eine, die haben wirklich eine große, eine große Gruppe an Menschen gegen sie, sondern man kann es nur in den Kommentaren machen und die Kommentare können ja alle gelöscht werden. Das ist das Problem. Scammer, YouTuber und Leute, die auf der Plattform Bullshit machen, haben es jetzt leichter, weil die werden nicht mehr so hart, ja, öffentlich gehatet. Also für die Leute, die kein Eigentliches verstehen, die haben ein Experiment gemacht und die haben gesehen, wenn wir den Dislike Button ausblenden, dann gibt es eine Reduction of Dislikes. Wow, wer hätte das gedacht? Es gibt weniger Dislikes, wenn der Dislike Button keinen Sinn mehr hat. FiveHead, dazu kann ich nur sagen. FiveHead. You can still dislike videos and that action will be used to tune your own recommendations, but you won't be able to see the dislike count. Only the creator can find it on the back end, if they want. Now, a few common questions we saw from the initial experiment. First, without a public dislike count, how can viewers tell if a video is worth watching? Wie kann man vorher sehen, ob das Video überhaupt sich lohnt, anzuschauen, wenn man nicht sieht, ob es Dislikes hat? And I kind of had this question too, but it turns out that while viewers might use the dislike count to give them a sense of a video's worth, when the teams looked at the data across millions of viewers and videos in the experiment, they didn't see a noticeable difference in viewership, regardless of whether they could see the dislike count or not. In other words, it didn't really matter, if a video had a lot of dislikes or not. Mach keine Unterschiede, ob ein Video viele Dislikes hat oder nicht, es gucken genauso viele Leute an und so. Okay. ...they still watched. Next common question. If creators can still see the dislike count on the back end, how's that any different? They can see it, if they look for it inside Studio Analytics under the Engagement tab. But overall, it's much less likely to cause stress and embarrassment, if the count isn't visible to the public. And one more common question, is this because YouTube Rewind got lots of dislikes? No. Although... Das ist die wahre, das ist der wahre Grund, weil YouTube Rewind so viele Dislikes bekommt. There are some teams internally who have learned the hard way what it feels like to get lots of dislikes. Now, this again is about protecting all creators and making sure they have a chance to succeed and feel safe in doing so. Die YouTuber sollen sich mehr sicher fühlen bei dem, was sie tun und sollen sich nicht mehr so angegriffen fühlen. Ich kann es verstehen, weil es gibt echt viele Leute, die werden echt krass gebullied mit Dislikes, aber es gibt auch viele verdiente Dislikes, deswegen schwierig.